Wir sind gespannt aus der Versammlung raus, Sie schlagen ab! Hallo! Professor! Wollen Sie mal Ihren Kollegen, der vorgesetzte ist, darüber informieren, dass es nicht richtig ist, was er da tut. Und vollkommen unnötig ist hier. Sie schlagen ab! Ich habe hier mit einer Versammlung gemacht. Mein Klettergurt wurde mitgenommen zur Gefahrenabwehr und die Stadt hat, er hat, der Polizist hat gemeint, die Stadt hat vermutlich Angst, dass da vielleicht mit diesem Klettergurt wieder auf den Baum geklettert werden könnte. Ich habe ihm gesagt, dass ich noch zwei weitere Klettergurte daheim habe, aber das hat nichts geholfen. Also Gefahrenabwehr, meine Waffen sind mir abgenommen worden.